Die Dentalbranche durchläuft einen bedeutenden Wandel, da Praxen größer werden mit mehr Angestellten, die oftmals als Teilzeitkräfte beschäftigt werden. Moderne Behandler wünschen sich die Integration von externen Dentalgeräten und Softwarelösungen in die Behandlungseinheit. Zahnarztpraxen erwarten eine sichere und kalkulierbare Investitionsrendite und Gesundheitsbehörden fordern mehr Standardisierung und Dokumentation der Behandlungen. Als Antwort auf diese Trends basierend auf unseren Erfahrungen im Design ergonomischer, hochwertiger Dentalgeräte und dem Einsatz intelligenter Technologie präsentieren wir XO-Flow, eine Dentaleinheit, die einfach zu bedienen ist, die allen Anwendern den Zugriff auf ihre individuellen Einstellungen und auf die Standardbehandlungsprotokolle der Praxis von jeder Einheit in einem Netzwerk ermöglicht. XO-Flow ist eine digitale Dentaleinheit mit parametergeführten Arbeitsabläufen, Workflows und Dental-Apps. Entwickelt für zahnärztliches Fachpersonal, um außergewöhnliche Zahnbehandlungen durchzuführen. Die Einheit hat einen integrierten Computer, einen Netzwerkanschluss und weitere neuartige Eigenschaften, die es in der Zahnmedizin bisher nicht gab. Das Dashboard, eine berührungsaktivierte grafische Benutzeroberfläche für den Zahnarzt und die Assistenz, integriert in die Instrumentenbrücke. Und der Navigator, ein berührungsaktiver Bildschirm mit Dental-Apps. Das Dashboard dient der Steuerung und Überwachung von Gerät und Instrumenten. Tasten auf jeder Seite machen es einfach und intuitiv, alle Funktionen zu nutzen, ohne den Fokus auf den Patienten zu verlieren, sowohl für den Zahnarzt als auch für die Assistenz. Jedes Instrument verfügt über ein Kontrollfenster zum Einrichten des Instruments und ein Display zur Überwachung der Daten. Ein einzigartiges Merkmal von Exoflow ist die Möglichkeit, mit Instrumentenvoreinstellungen zu arbeiten, die zur Durchführung einer bestimmten Aufgabe optimiert sind. Jeder Anwender kann mit den mitgelieferten Grundeinstellungen arbeiten oder seine eigenen Voreinstellungen entwickeln. Wenn zum Beispiel die Voreinstellung Excavation gewählt ist, wird der Mikromotor auf das Excavieren von kariösem Dentin eingestellt. Die Bediener werden angewiesen, ein blaues Winkelstück mit einem Rosenbohrer auf dem Mikromotor zu montieren. Bei aktiviertem Fußanlasser rotiert der Bohrer mit einer konstant niedrigen Drehzahl von 2000 Umdrehungen die Minute, optimal zum Entfernen von kariösem Dentin. Es ist möglich, eine Voreinstellung zu kontrollieren und anzupassen. Tippen Sie auf den grünen Schieberegler, um die Menge des Spraywassers zu sehen. Passen Sie das Spraywasser bei Bedarf an. Oder schalten Sie das Spraywasser aus. In der Voreinstellung Excavation ist die taktile Funktion aktiviert. Das Gerät stoppt die Rotation des Bohrers, wenn gesundes Dentin berührt wird. Die Voreinstellung Excavation aktiviert auch die Funktion der automatischen Arbeitsfeldtrocknung. Wenn das Instrument stoppt, trocknet ein Luftstoß automatisch den Arbeitsbereich. Dies ermöglicht eine konstant klare Sicht ohne Wechsel der Multifunktionsspritze. Aktivieren Sie eine neue Voreinstellung mit nur einem Klick. Die Voreinstellung Finishing bietet optimale Instrumenteneinstellungen für das Ausarbeiten einer Kompositrestauration. Die Bediener werden angewiesen, ein blaues Winkelstück und ein Politurinstrument zu montieren. Die Drehzahl des Instruments kann mit dem Fußschalter bis zu 25.000 RPM reguliert werden. In der Voreinstellung Finishing ist die Sprühmenge moderat. Die taktile Funktion und die automatische Arbeitsfeldtrocknung ist deaktiviert. Basierend auf den Standardprotokollen der Praxis können Workflows für die Aushärtung von Kompositfüllungen oder die Aufbereitung von Wurzelkanälen mit Exoflow integriert werden. Um einen optimalen Workflow für die Aushärtung einer bestimmten Kompositfüllung aufzurufen, verwenden Sie die Filterauswahl und wählen Sie den von der App vorgeschlagenen Arbeitsablauf aus. Exoflow führt die Bediener durch die Arbeitsschritte, ohne dass sie separate Protokolle einsehen müssen. Für jeden Schritt zeigt das Display die optimale Belichtungszeit und Strahlungsleistung an. Ein Schritt wird mit dem Fußschalter aktiviert und das Display zeigt die verbleibende Belichtungszeit an. Gehen Sie zum nächsten Schritt und fahren Sie auf diese Weise fort, bis alle Schritte aufgeführt wurden. Protokolle für die Endo-Vorbereitungen werden auf ähnliche Weise eingerichtet und aktiviert. In Endo-Workflows stellt jeder Schritt automatisch die optimale Geschwindigkeit der Pfeile ein und reduziert das Drehmoment, um einen Bruch der Pfeile zu verhindern. Endo-Workflows können so konfiguriert werden, dass sie zu den meisten Endo-Aufbereitungssystemen passen. Wenn die Instrumentenbrücke in der Nähe der Mundhöhle und nahe am Brustkorb des Patienten platziert wird, ist es sowohl für den Zahnarzt als auch für die Assistenz möglich, die Instrumente der Einheit und das Dashboard im peripheren Sichtfeld zu sehen. Sie können die Instrumente der Einheit leicht erreichen und das Dashboard bedienen, ohne den Fokus auf den Patienten zu verlieren. Ein oder zwei Ablagetrays können unter der Instrumentenbrücke montiert werden. Materialwannen und Instrumentenablagen befinden sich griffbereit auf den Arbeitsflächen im XO-Worktop. Aufgrund des langen und flexiblen Arms kann der Navigator auf der Seite der Assistenz positioniert werden. In einer für den Patienten sichtbaren Position über dem Kopf des Patienten oder auf der Seite des Zahnarztes. Immer im Bereich des peripheren Sichtfeldes. Verwenden Sie die Apps, um das Gerät einzurichten und zu verwalten, sowie um das Gerät mit anderen dentalen Geräten und Softwarelösungen in einem Netzwerk zu integrieren. Die Remote Desktop App ermöglicht zum Beispiel das Anzeigen und Verwalten von Softwarelösungen und Bildern und so weiter, die auf einem entfernten Computer gespeichert sind. Genau wie bei den klassischen XO-Einheiten, die Verwendung des Fußschalters hilft dem Praxisteam, den Fokus auf den Patienten zu behalten. Wenn ein Instrument aufgehoben wird, startet und stoppt das Fußsteuerungspedal das Instrument. Neben der Verwendung der Tasten am Dashboard kann der Patientenstuhl auch mit dem Fuß bedient werden. Jeder Benutzer hat ein Profil, in dem individuelle Einstellungen von Instrumenten, Gerät und Patientenstuhl gespeichert sind. Alle Benutzerprofile sind von allen Geräten in einem Netzwerk aus zugänglich. Die Benutzereinstellungs-App dient zur Konfiguration der individuellen Einstellungen. Um zum Beispiel den Fußschalter zu konfigurieren, ziehen Sie eine Funktion per Drag & Drop auf die dafür vorgesehene Position. Die Administrations-App dient zur Konfiguration des Geräts. Es ist möglich, die Anordnung der Tasten auf jeder Seite des Dashboards zu ändern. Ziehen Sie einfach die gewählte Funktion auf eine bestimmte Position und legen Sie sie dort ab. Legen Sie einen neuen Benutzer wie folgt an. Um einen besseren Zugriff auf die virtuelle Tastatur zu erhalten, kippen Sie den Navigator in die Pultposition. Platzieren Sie bis zu sechs Instrumentenmodule in der Instrumentenbrücke in beliebiger Reihenfolge. Beginnen Sie zum Beispiel mit fünf Instrumenten und fügen Sie später ein weiteres Instrument hinzu. Um Platz zu sparen, ist es auch möglich, eine Turbine an ein Mikromotormodul anzubauen. Exoflow ist auch ohne Speischale erhältlich. Wählen Sie zwischen acht verschiedenen Patientenstuhlfarben und sieben Polsterfarben und bestücken Sie den Stuhl mit Standard- oder weichen, handgenähten Polstern. Um Kreuzinfektionen zu vermeiden, sollten Instrumente und Materialien usw. außerhalb des Behandlungsraums gelagert werden. Tabletts und Wannen für die individuelle Behandlung können auf dem XO-Worktop abgestellt werden. Mit der Instrumentenbrücke in der Parkposition hat der Patient freien Zugang zum Stuhl. Leise Elektromotoren bringen den Patienten zügig in die Arbeitsposition. Danach wird die Instrumentenbrücke über den Brustkorb des Patienten platziert. Der Patient kann die Instrumente weder sehen noch berühren, da sie durch die Brücke abgeschirmt sind. Der XO-Patientenstuhl ist ausgesprochen bequem und stützt den Nacken und die Arme des Patienten optimal. Die Polster sind mit dem XO-Komfortstoff ausgestattet, das die Haut des Patienten atmen lässt. Sowohl Patienten als auch Personal werden von dem klaren, zeitlosen und funktionalen Design von XO-Flow begeistert sein. Zur Behandlung von Kindern verwenden Sie das Kinderkissen und legen Sie den Kopf des Kindes auf die Nackenstütze. Sowohl Dashboard als auch Navigator sind mit verstärkten Glasfronten und dünnen schützenden Stahlrahmen ausgestattet. Sie sind mit Handschuhen bedienbar und können mit Plastikfolie abgedeckt werden, ohne die Touchfunktion zu beeinträchtigen. Zur Reinigung und Desinfektion Instrumente und Instrumentenaufhängungen abnehmen. Entfernen Sie den Instrumentenhalter und tauschen Sie die Abdeckung aus. Entfernen und desinfizieren Sie die Griffe. Schließen Sie die Saugschläuche an die Saug des Infektionsdüsen an. Entfernen Sie die Speischale. Und legen Sie die wasserführenden Instrumente in die Instrumentenablage. Nachdem die Wasserleitungen des Geräts entleert wurden, schaltet sich das Gerät ab. Am nächsten Morgen, wenn das Gerät eingeschaltet wird, beendet es automatisch die Desinfektion der Wasser- und Saugleitungen. Für ExoFlow ist eine komplette Auswahl an Desinfektionsmitteln erhältlich. Behalten Sie die natürliche Krümmung der Wirbelsäule im Lendenbereich bei, indem Sie in aufrechter, ausbalancierter Position sitzen. Der Winkel zwischen Oberkörper und Oberschenkel sollte 120 Grad oder mehr betragen, wie beim Sitzen auf einem Pferdesattel. Auf ExoSeed sitzen, ohne Rückenlehne. Oder wählen Sie ExoStool. Um ein Verrutschen zu verhindern, sind alle Kissen mit ExoKomfortgewebe ausgestattet, das auch die Haut atmen lässt. Um gut zu sehen, müssen die Lichtstrahlen parallel zur Blickrichtung sein. Das ExoBehandlungslicht hat einen langen und flexiblen Arm, der es dem Behandler ermöglicht, das Behandlungslicht richtig zu positionieren und selbst in die tiefsten Hohlräume zu sehen. Das Behandlungslicht ist mit einer LED-Lichtquelle und einem Reflektor ausgestattet, der ein klares, schattenfreies Tageslicht liefert. Um gut zu sehen, ohne den Nacken, die Wirbelsäule oder den Oberkörper zu beugen oder zu strecken, muss der Patient waagerecht positioniert und der Stuhl angehoben werden. Der Patientenstuhl ist so konstruiert, dass die Bediener in allen Positionen von 9 bis 3 Uhr arbeiten können, mit viel Platz für Beine und Füße. Und die Nackenstütze kann sowohl in einer Oberkiefer- als auch in einer Unterkieferposition positioniert werden. Um alle Zahnoberflächen zu sehen, während man gut sitzt, können die Bediener zwischen vier verschiedenen Arbeitspositionen wählen. Und der Kopf des Patienten sollte in eine von sechs verschiedenen Positionen gebracht werden. Eine Anleitung für gesunde und optimale Arbeitspositionen finden Sie in der Ergonomie-Guide-App. Wählen Sie einen Zahn aus, eine Zahnfläche und vergrößern Sie, um Details zu sehen. Um eine perfekte Balance der Instrumente zu gewährleisten, muss der Abstand der Instrumentenspitzen zur Mundhöhle 30 cm betragen. Für eine perfekte Handhabung ohne Belastung von Fingern, Händen, Armen oder Schultern sind die Instrumente mit individuellen, ausbalancierten Aufhängungen ausgestattet und die Mikromotoren haben Rotationskupplungen. Instrumentenablagen werden in Einresthaltern unter der Instrumentenbrücke platziert. Positionieren Sie die Ablage einfach durch Einklicken. Verwenden Sie alternativ den Schalenhaltemechanismus. XO Ambidex Saugschlauchhalter in beliebiger Position platzieren und damit rechtshändig im Duo-, Solo- oder linkshändig arbeiten. Nach Gebrauch positionieren sich die Saughandstücke automatisch wieder im Saugschlauchhalter. Es dauert weniger als 20 Sekunden, um XO Flow von rechts auf Linkshänderbetrieb umzustellen. Einfach den Saugschlauchhalter, den Navigator und die Ablageplatten im XO-Worktop umpositionieren. Der Patientenstuhl XO Flow ist mit einem automatischen Kollisionsstopp ausgestattet. Eine Checkliste vor der Behandlung hilft den Anwendern, sich mit dem Gerät vertraut zu machen. Die Assistenz übergibt die Geräteinstrumente und das Handinstrument an den Zahnarzt, während sie die Absaugung benutzt. Mit dem Saugschlauchhalter in der Saugposition kann der Zahnarzt die Saugschläuche erreichen und ist sein eigener Assistent. XO Flow und XO Worktop beanspruchen nur 6 Quadratmeter Grundfläche. Das ermöglicht es, mehr Behandlungsräume in den Praxen unterzubringen und spart Mietkosten. Das Gerät geht automatisch in den Stand-by-Modus mit geringerem Energieverbrauch, wenn es nicht benutzt wird. Wenn es an der Zeit ist, das Gerät zu warten oder Verbrauchsmaterialien usw. zu ersetzen, erscheint eine Benachrichtigung auf dem Navigator. Die Servicekosten werden minimiert, da XO Flow nur jedes zweite Jahr gewartet werden muss. XO Flow ist eine Plattform für die Zukunft, vorbereitet für neue Gerätemodule, Funktionen und Zubehör, neue Apps, erweiterte Workflow-Lösungen, Software- und Cloud-Computer-Integration und technischen Ferndiagnosen. Das Gerät ist für eine Lebensdauer von 20 Jahren gebaut. Die Betriebszeit von XO Flow wird durch die modulare Technik maximiert, die mögliche Fehler auf ein einzelnes Modul beschränkt. Falls erforderlich, kann ein Modul leicht ausgetauscht werden. Alle Ventile, die Wasser steuern, sind von einem neuartigen Typ, bei dem Wasser und Ventilkolben getrennt sind. Dies erhöht die Betriebszeit und reduziert die Servicekosten. Das Wassersystem des Geräts wird durch einen Wasserentherter geschützt, der Kalkablagerungen effektiv verringert. Es erscheint eine Benachrichtigung, wenn es Zeit ist, die Wasserentherterpatrone auszutauschen und der Austausch kann ohne Werkzeug durchgeführt werden. Die Turbinenabluft stößt auf einen sehr geringen Widerstand und Ölrückstände werden in einem leicht austauschbaren Ölabscheider-Wattepad gesammelt. Es werden nur Materialien und Komponenten von höchster Qualität verwendet. XO Flow ist das Ergebnis von 70 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Wartung hochwertiger Dentaleinheiten. XO Flow ist das Ergebnis von 70 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Wartung hochwertiger Dentaleinheiten. XO Flow ist das Ergebnis von 70 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Wartung hochwertiger Dentaleinheiten. Schwerg mit einem Schwerg-Juggenau nutzen, Herstellung und Wartung hochwertiger Dentaleinheiten.